Hello again. Ich probier mich jetzt mal an Dr. Sommer aus. Wenn diese Fragen schon mal so in einem anderen Video auf YouTube sind, dann tut es mir leid. Aber jetzt geht es los. Linda 12. Kann man zum Küssen schwanger werden? Schon mal Barbie geschaut? Klar geht das. Nein, komm. Als ob. Aber kommen wir zum nächsten Patienten. Anna 15. Eine Freundin hat mir abgeraten, mit meinem Schatz Oral und Anna 6 gleichzeitig auszuprobieren. Was meint sie damit? Na ja, ist eigentlich einfach. Was im A war, sollte nicht sofort in die V. Ist doch klar, oder? Oh, jetzt ist es mir nicht. Benni 13. Neulich habe ich am Badesee einen Steifen bekommen. Ich habe mich total erscheint. Ist das normal, oder bin ich krank? Äh, Kollege? Du bist nicht krank. Du bist in der Puppertzeit. Keine Sorge. Das passiert bei den Kerl in der Puppertät ständig. Ich... Okay. Markus 14. Liebes Doktor Sonnertin. Ich möchte bald zum Elfer mit meiner Freundin schlafen. Ein Kumpel hat mir gesagt, dass dabei das Junge von heutigen bleibt. Nun habe ich andere ihre elternsüchtig wachwerden und uns erwischen. In dem Fall, lass mir mal eine gute Ausrede einfallen. Oder nicht, um mal Marathon laufen. Nein. Komm, halt ab. Wir haben doch ein paar Kandidaten. Mal sehen, wie es weitergeht. Sina 14. Ich habe kürzlich zum ersten Mal mit meinem Freund geschlafen. Über die Verwütung konnten wir uns die eigene Ich für den Kultum. Aber mein Freund meinte, wenn wir es von hinten machen, braucht man das nicht. Stimmt das? Naja, äh... Man braucht es zwar nicht unbedingt, aber... Ich würde es zumindest dem Freund empfehlen. Lukas 5. Was ist das eigentlich... Wie ist das eigentlich verbindet, ein Mädchen nach dem ersten Mal einen größeren Tampon? Äh... Darum fragst du das? Und nein, ich habe keine Antwort für dich. Jetzt haben wir noch ein paar Kandidaten. Sie passen ja nach 18. Äh... 16. Pardon. In unserer Klicke gucken wir, ob ich Pornos... Dort haben wir mal stundenlang Geschlechtsverkehr. Bei mir geht das schneller. Bin ich unnormal? Nein. Du bist normal. Was du da aber schaust... Mein Freund... Mit... 16... Solltest du noch keine Pornos gucken. Da muss ich die Fähre machen. Nein, 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 nein. Verena 15. Ich habe seit einem Monat... Mit meinem Freund... Einen Freund und ich liebe ihn sehr. Ich habe aber Angst, schwanger zu werden. Meine Mutter hat mir zwar die Päre gekauft. Jetzt wollte ich aber fragen, ob es sicherer ist, wenn ich zwei verschiedene Sorten nehme. Siehst du auch zwei Mäntel an? Im Winter... Im Winter... Einer Oro... In Schwede... Und Karlsson... 18. Ich... Verwende ein Kondom mehrmals. Wasche es aus... Und trockne es für Heizung. Wie ob ich das mache? Ähm... Komm mal drin. Hier ein Kleiderziebeschleb. Mache das nicht. Du bist damit noch 18. Und ich glaube nicht, dass du so schnell Papa werden willst. Bianca... Das ist immer der Hefte. Mein Freund liest 6 Hefte. Soll ich mit ihm Schluss machen? Naja... Hm... Du solltest ihm zumindest damit drohen, dass du eventuell dann es nicht mehr mit ihm machen wirst. Können helfen. Ende vom Video. Vorweg. Mama! Bitte! Schau nicht dieses Video! Ich muss das sagen, weil meine Monster tatsächlich nicht meine Videos schaut. Und ich das nicht so geil finde, für das meine Mama und Mama gerade sieht. Mhm. Für eure Frauen, ich hoffe, er ist so hilfreich. Und ob ich das jetzt weitermache, das hängt von euren Klicks ab. Mir macht es nämlich Spaß. Und jetzt Geronimo. Ich hoffe, das ist toll. Aber ich glaube, das ist so richtig, was ich euch auch.